Letztends, Underdog holt die ersten 10 Punkte der Staffel. Bion Katilatu und Tony Bauer feiern. In der 17. Staffel Letztends sind in der dritten Entscheidungsshow erstmals 10 Punkte gefallen. Bei Tony Bauer war der Jubelgroßausrufezeichen. Tony Bauer ist der erste Kandidat, der in der laufenden Letztends Staffel 10 Punkte für einen Tanz bekam. Jorge Gonzalez bedachte seinen Quickstep mit Anastasias denn mit der Höchstpunktzahl. Emotional ist das für mich auf eine 10, jubelte auch Motsi Mabuse, dein Kampfgeist, wie du da stehst, wie ihr damit umgeht jede Woche, mein Herz habt ihr sowieso erobert. Es ist einfach schön, schönes Tanzen zu sehen, kein Krampf, ein Paar, das zusammensteht, schöne Bewegungen macht. Egal, was passiert, ihr seid wie ein Sonnenschein. Einfach eine tolle Energie, ich liebe es. Weiter so, ich freue mich, mehr von euch zu sehen. Allerdings riet Mabuse dem Comedian, die Nerven zu behalten. Ab und zu sei er etwas wackelig unterwegs. Ihr seid diejenigen hier, die unterhalten, ihr seid so positiv, ihr verbreitet immer gute Laune und tanzt auch noch gut, freute sich auch Joachim Lambi, der abermals stolz auf Bau war. Bei dem großen Unterhaltungsfaktor, so der Chef Juro weiter, fielen die technischen Fehler wenig ins Gewicht. Das muss man echt fair sein, du überzeugst die Leute. Letztends, Toni Bauer und Anastasia Stanjubin. Bei dem Comedian und Letztends Neuzugang Stan war die Freude riesengroß, denn auch sie bekam erstmals die Bestnote. Motsi Mabuse vergab acht Punkte, Joachim Lambi sieben Punkt mit 25 Punkten setzte sich das Tanzpaar an die Spitze des Tableaus. Mit 22 Punkten für ihren Cha-Cha-Cha sind ihnen Bien-Katelato und Marta armticht auf den Fersen. Punkt Letztends, Gabriel Kelly ganz vorn. Nachdem er letzte Woche nur im Mittelfeld gelandet war, setzte sich Gabriel Kelly in der dritten Entscheidungsschuh wieder an die Spitze. Zwar gab es keine 10 Punkte, dafür 25 Punkte für die Romba mit Malika Zemev. Mabuse war nach der Performance Sonntag, Sonntag glücklich. Ihr Herz sei explodiert, so die Juroren weiter, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Joachim Lambi attestierte Kelly die beste Fußarbeit des Abends sowie viele schöne Positionen. Kelly sei auf dem besten Weg, die Basics des Tanzens zu beherrschen. Punkt Letztends, wer ist raus? Show 3 In der zweiten Entscheidungsschuh muss der Unternehmer Tilman Schulz Letztends verlassen. Heute Abend wird es sich wieder für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ausgetanzt haben. In der dritten Entscheidungsschuh wird sich die Letztends-Familie weiter verkleinern. Aktuell sind noch zwölf Promis im Rennen um den Titel den SingStar 2024, nachdem sich Komikerin Clara Maria Groppler und Profitenzer Michael Tartarkin sowie Unternehmer Tilman Schulz und Profitenzerin Patrizia Ionel bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet haben, ist die große Frage, wen es in Runde 3 treffen wird. Letztends, Eva Pertberg und Ann-Kathrin Bendixen mussten schon zittern. In der vergangenen Woche wackelten neben Schulz auch Eva Pertberg, die die Jury um Joachim Lambi mit bisher noch nicht überzeugen konnte. Auch Ann-Kathrin Bendixen, die mit dem Vorjahressieger Valentin Luce in Antritt, hatte auf dem RTL-Packet bisher Probleme, wobei sie sich von Show 1 zu Show 2 immerhin von 7 auf 10 Punkte steigen konnte. Leider hatte Pertberg auch in Show 3 zu kämpfen. Die Juroren kritisierten vor allem ihre Haltung. Joachim Lambi gab ihr lediglich 2 Punkte für den Quick-Step mit Paul Lorenz. Überraschungen dafür an anderer Stelle, Toni Bauer bekam als erste Kandidat der 17. Staffel 10 Punkte, Bien-Katilato legte mit 22 Punkten ebenfalls gut vor, ebenso wie Gabriel Kelly mit 25 Punkten. Genaue Vorhersagen zu treffen ist in diesem Jahr extrem schwierig, da das Kandidatenfeld relativ nah beieinander liegt und selbst Gabriel Kelly, der als eine der Favoriten der 17. Staffel gilt, weit davon entfernt ist, das Feld so zu dominieren wie Anna M. Makowa 2023. Im folgenden seht ihr die Liste mit den Tänzen der Paare in der dritten Entscheidungsshow. Im Laufe des Abends werden wir die entsprechenden Punkte aus den Jury-Wertungen ergänzen. Sobald bekannt ist, wer letztens verlassen muss, erfahrt ihr es herpunkt an Katrin Bendixen mit Valentin Lusin, Wiener Walzer, 13 Punkte. Eva Packberg mit Paul Lorenz, Quick-Step, 12 Punkte. Jana Wosnitzer mit Vadim Gabusov, Schlo Fox, 19 Punkte. Lina Larissa Strahl mit Jol-Chan Dock-Sicke, Samba, 15 Punkte. Lulo mit Massimo Senato, Quick-Step, 16 Punkte. Sofia Thiel mit Alexandru Ionel, Wiener Walzer, 17 Punkte. Detlef Sost mit Ekaterina Leoneva, Baso Doble, 17 Punkte. Gabriel Kelly mit Malika Zemev, Rumba, 25 Punkte. Marc Keller mit Katrin Menzinger, Tango, 19 Punkte. Bianca Tilato mit Marta Arndt, Tcha-Tcha-Tcha, 22 Punkte. Stefano Zarella mit Maria Maxina, Langsamer Walzer, 10 Punkte. Toni Baum mit Anastasia Sten, Quick-Step, 25 Punkte. Am Ende schieden Paul Lorenz und Eva Packberg aus.